Herzlich willkommen, liebe Freunde, zur dritten Folge des Emacs Screencasts bei Datenschauer. Mein Name ist Stefan und ihr dürft euch freuen auf eine Folge über Emacs. Und wir sind ja ganz am Anfang unserer Serie, wo wir uns Emacs von, ja wie man im Englischen sagt, Ground Up anschauen wollen, also von einer frischen Installation von Emacs hin zu einer, wie ich finde, ganz ordentlichen Anpassung. Und darum geht es heute auch. Es geht darum, ein frisch installiertes Emacs anzupassen, nach den eigenen Wünschen. Und natürlich kann ich euch hier nur ein paar Basics zeigen, aber das soll euch einfach dazu verhelfen, selbst Emacs weiter nach euren Wünschen und Belieben anzupassen, bevor wir dann in den nächsten Folgen so ein bisschen tiefer einsteigen, vor allem dann in Org-Mode, um zu sehen, wie nutzt man Emacs auch als Organisationstool und noch viel, vieles weiteres. Aber zuerst mal soll es heute darum gehen, Emacs anzupassen und zu erweitern, aber auch Hilfe zu finden in Emacs. Das wird der erste Punkt sein. Und wollt ihr es nicht verpassen, wie die Serie weitergeht, dann drückt doch auf den Abonnieren-Button und klickt auch die Glocke an. Dann wisst ihr immer Bescheid, wann die nächste Folge des Emacs-Screencasts erscheint. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, für einen Daumen nach oben. Das hilft dem Kanal auf jeden Fall. Und so, dann wollen wir doch hier mal gleich anfangen. Ich habe ja schon ein Emacs im Hintergrund gestartet, so wie das normalerweise aussieht, in einer frisch installierten Variante. Das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Und ich will euch zeigen, wie ihr Hilfe findet. Also, wo findet ihr etwas zu lesen, was euch hilft, wenn ihr irgendwo hängen bleibt oder wenn ihr mehr über Emacs wissen wollt. Und das Gute an Emacs ist, dass es eigentlich selbstdokumentierend ist. Emacs hat eine wunderbare, selbstdokumentierende Hilfe drin. Und ein wichtiger... Ich will mal hier rüber gehen. Ein wichtiger Tastenkombination hierfür ist Steuerung H und die Taste I. So kommt ihr in das Hilfe-Menü. Das wollen wir gleich mal machen. Wir gehen in Steuerung H und I. Und dann sind wir hier im Hilfe-Menü. Ich mache das mal ein bisschen größer. So, jetzt solltet ihr ein bisschen besser das Ganze sehen. Und hier seht ihr all die Modes, die installiert sind. Ich habe hier schon ein paar Sachen installiert. Aber hier seht ihr zum Beispiel die Emacs FAQ, die Frequently Asked Questions. Dann hier das Emacs Manual. Ihr findet auch etwas zu Elisp. Das erzähle ich euch gleich noch, was das ist. Und natürlich auch zu Org Mode und so weiter und so weiter. Also ihr findet hier für viele Modi, Pakete und so weiter, die ihr euch installiert habt, könnt ihr hier euch die Manuale, die Beschreibungen anschauen. Und wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr hier eine Übersicht mit einem Menü. Und könnt ihr euch hier wirklich hindurchklicken durch das Ganze. Das funktioniert eigentlich wie so ein Browser. Probiert das mal aus. Hier könnt ihr wirklich alles, alles erfahren, was Emacs so kann. Also diese integrierte Hilfe ist wirklich top. Der ein oder andere möchte aber vielleicht auch im Netz sehen, was es da so gibt an Hilfe. Hier sind natürlich Communities sehr hilfreich. Ich wechsle mal schnell wieder zu meinem Scratch-Buffer. Communities sind hier ganz nützlich. Wenn euch das noch etwas sagt, es gibt einen IRC-Chat auf dem Server Libera. Und dort, glaube ich, ist es der Raum raute-raute-emacs.de oder der Englischsprachige Bereich ist einfach unter Emacs zu finden. Viele werden vielleicht das IRC gar nicht mehr kennen. Aber könnt ihr es mal googeln. Auch Emacs hat schon einen IRC-Client dabei. Wenn ihr mal RC, IRC ausführen wollt, dann könnt ihr euch direkt zu einem IRC-Server connecten und auch einem Raum joinen. Vielleicht mache ich auch mal eine kleine Folge darüber, über die IRC-Funktionen von Emacs. Emacs hat sogar zwei IRC-Clients installiert. RC, IRC und ERC. Aber es gibt natürlich auch heutzutage Communities im Netz, die mittlerweile ein bisschen größer sind als die alten IRC-Chats. Und da gehört vor allem Stack Exchange dazu. Ich mache mal den Browser auf. Also Stack Exchange hat eine extra Emacs-Community, die ihr besuchen könnt. Und die Links schmeiße ich euch natürlich auch in die Shownotes mit rein. Dann findet ihr unter Reddit einen Kanal R-Emacs. Und klassischerweise gibt es auch noch das Emacs-Wiki, viele Artikel davon auch auf Deutsch übersetzt. Die Artikel darin sind aber oft ein bisschen älter, meiner Erfahrung nach. Also man muss Glück haben, immer die aktuellsten Varianten zu finden. Und vor allem, um viele Probleme zu lösen, wird im Emacs-Wiki oft noch sehr viel Code generiert, den man eingeben kann, wofür es aber mittlerweile auch Pakete gibt. Aber klickt euch da auch mal durch. Es ist mittlerweile ein wirklicher Klassiker, das Emacs-Wiki. Ansonsten gerade was Org-Mode angeht. Natürlich gibt es das Org-Mode-Manual, das ihr eben über die Hilfeseiten in Emacs findet. Oder eben auch auf org-mode.org. Da könnt ihr euch durchklicken. Aber ganz toll ist Work, das ist die Org-Mode-Community. Auf diesen Seiten gibt es eben benutzererstellte Tutorials für alle möglichen Dinge, die mit Org-Mode zu tun haben. Mit Effektivität, wie mache ich bestimmte Sachen, Pakete, die ich noch brauche in Org-Mode. Also klickt euch da auch mal durch. Ein wirklich stark, in den letzten Jahren stark gewachsene Community. Dann mit was ich selbst noch gelernt habe. Ich bin ja schon ein Kind der 80er. Das heißt, ich lerne oder habe immer noch gerne mit Büchern gelernt. Entweder mit gedruckten Büchern oder auch gerne E-Books. Da wäre zu sagen, mit was ich noch gelernt habe. Aber ihr seht es, es ist schon ein bisschen älter aus dem Jahr 2004. Aber E-Max, das eigentlich alles da drin gilt immer noch heute, so gut wie. 2004 gab es noch kein integriertes Org-Mode und so weiter. Aber immer noch wirklich gut zu lesen. Learning New E-Max von Cameron, Elliot und Joy und Raymond und Rosenblatt. Also von mehreren Autoren. Im O'Reilly-Verlag erschienen. Finde ich immer noch top. Steht bei mir im Regal. Dann Harley-Han's E-Max Field Guide. Ist, ich glaube erst im Jahr 2012 oder 2014. Auch ein bisschen älter. Liest sich aber auch ganz gut. Und dann von Robert, wie heißt der, Mickey Patterson, nicht Robert, Mickey Patterson, das Buch Mastering E-Max. Es wird eigentlich immer aktuell gehalten. Man sieht es ja, E-Max, 27 Edition Out Now. Es ist als E-Book erhältlich. Ja, und dann, was auch immer noch ganz toll ist, um auf neue Ideen zu kommen, auf neue Tutorials hingewiesen zu werden, auf neue Pakete und so weiter. Also alles, was das Thema News angeht. Hier ist Sacha Chua, die gute Sacha Chua zu nennen, die wöchentlich ihre E-Max News herausbringt. Und ja, hier habt ihr wirklich alles zu E-Max-Konfigurationen. Das werden wir uns ja jetzt gleich anschauen. Wie passen wir E-Max an? Das heißt natürlich, dass auch ganz viele User im Netz da draußen ihre Konfigurationen posten. Und zu dem Aussehen, zur Navigation, zu Org-Mode, Coding, Mail, News, Music, Community. Ihr seht, also wirklich zu allen möglichen findet hier News. Und das wöchentlich. Ich würde auf jeden Fall den RSS-Feed hier von Sacha Chua abonnieren. Das ist wirklich eine ganz klare Sache, ganz klare Empfehlung von mir. Also, Hilfe findet ihr wirklich genug. Bei so einem, ja doch sehr reifen System ist es klar, dass ihr an allen möglichen Stellen wirklich gute Hilfe bekommt. Und die Community ist nett. Sie ist meistens freundlich und hilft immer gerne weiter. Aber kommen wir jetzt doch mal zu dem Punkt, um den es uns heute gehen soll. Und das ist E-Max anpassen. Ihr seht, E-Max ist jetzt in dieser frischen Installation noch relativ hässlich. Hier oben gibt es noch diese altpackenden Icons. Es gibt die Menübar. Es gibt hier so eine Scrollbar. Alles eigentlich so Dinge, die man eigentlich nicht braucht. Und das Gute ist, E-Max ist ja in C geschrieben, in der Programmiersprache C. Also die Grundfunktionalität, also wie wenn ich jetzt hier so meinen Cursor nach oben und unten bewege, wenn ich hier eine Taste drücke. Das alles, dass sich das so verhält, sage ich jetzt mal, das ist in C geschrieben. Damit ist es sehr hardware-nah programmiert. Und ja, es ist einfach schnell dadurch. Anders ist es allerdings, neben dieser Basisfunktionalität kann man E-Max mit einer E-Max eigenen Sprache, Programmiersprache erweitern. Und das ist E-Max Lisp. Es tut mir leid, ich vertippe mich hier immer ein bisschen. Ich habe hier meine Tastatur sehr nah an meinem Mikrofon dran. Sonst ist, damit die Audioqualität einfach ein bisschen besser ist, das macht es mir manchmal ein bisschen schwer, hier richtig zu tippen. Aber ich denke, ich kriege das hin. E-Max Lisp, es ist ein Lisp-Dialekt. Lisp ist die zweitälteste Hochsprache, Programmiersprache nach Fortran, ist in den 50er Jahren erschienen. Und E-Max verwendet also seinen eigenen Dialekt dieser Programmiersprache. Und alles, was ich in E-Max machen will, kann ich in Lisp-Code schreiben, kann das in E-Max direkt evaluieren, also ausführen. Und ich sehe sofort das Ausgeführte. Ich will das mal hier am Beispiel machen. Ich bin hier in einem Buffer, in einem Scratch-Buffer, das heißt einfach hier in meinem Editor. Und ich kann jetzt hier E-Max Lisp-Code eingeben. Lisp kommt von List-Processing, das heißt, ich brauche immer eine Liste. Und eine Liste steckt immer in zwei runden Klammern. Und wenn ich jetzt eingehe will, zum Beispiel Plus, Entschuldigung, Plus 2, 3. Das heißt, jetzt kann ich diesen Ausdruck hier, Klammer auf, Plus, Lea 2, Lea 3, Klammer zu, ausführen, evaluieren. Dazu gehe ich einfach hinter meine Klammer und drücke die Tastenkombination, ich strebe das mal hin, Steuerung, X, Steuerung, E, also um das Ganze zu evaluieren. Das heißt, der ganze Ausdruck vor meinem Cursor wird jetzt evaluiert von meinem E-Max Lisp-Interpreter, der in E-Max drinsteckt. Der schaut sich jetzt diese Liste an, ob er was damit anfangen kann, ob das richtig aufgebaut ist, ob das alles korrekt ist. Und wenn es korrekt ist, führte diesen Code aus. Also ich kann das mal machen, Steuerung, E, und hier unten, seht ihr, hier unten kommt jetzt 5. Das heißt, der Lisp-Interpreter geht jetzt in diese Klammer rein, seht ihr, ah, hier ist eine Plus-Funktion. Und dann nehme ich ein Argument, das ist jetzt diese Zahl 2 und dann noch ein Argument 3. Ah ja, ich soll ja hier diese Funktion Plus ausführen und evaluiere es, es kommt also was raus. Ich printe das, ich drucke das aus und da kommt eben 5 raus. Ich kann mir das Ganze sogar, wenn ich noch STRG-U voranstelle, also wenn ich diese wilde Tastenkombination eingebe, STRG-U, STRG-X, STRG-E, dann wird das, was Emacs-Lisp, also der Interpreter evaluiert und ausgibt, in den Buffer hineingeschrieben. Das zeige ich jetzt mal. 5. So, jetzt hat er das hier direkt reingeschrieben, 5. So, so funktioniert das Ganze, ja. Und jetzt könnte ich zum Beispiel folgendes machen. Ich könnte mal sagen, Emacs-Version und hier unten seht ihr GNU-Emacs-27.2 oder, ich kann mir das hier ausgeben lassen, ja. Also da gibt er dann den String aus, GNU-Emacs-27.2. Also so funktioniert Emacs. Emacs lässt sich wirklich, ja, man kann sagen, ist eine Lisp-Maschine. Das heißt, es ist erweiterbar. Ich kann jetzt auch sowas machen, wie ich kann mir jetzt hier auch eine Funktion schreiben, zum Beispiel, is even, also ist etwas, irgendein x, ist das geraten. So, diese Funktion schaut so aus. Ich frage nach einer Condition, also was der Fall ist. Und zwar entweder, wenn dieser Ausdruck hier, ja, dieser Ausdruck, das heißt, Mod ist Modular. Modular x2 heißt, teile x durch 2 und gib mir den Rest aus. Teile x durch 2 und gib mir den Rest aus. Und wenn mir das gleich ist, also equal zu 0, ja, dann weiß ich ja, jede Zahl, die ich durch 2 teilen kann, wo ein Rest 0 ist, dann ist es klar. Das ist also eine gerade Zahl. Und dann will ich mir, wenn das eben der Fall ist, dann will ich mir eine Message ausgeben. Also soll Emacs eine, ja, etwas printen, etwas ausgeben. Und zwar den String, machen wir mal da auf Deutsch, ist gerade. Das soll er dann ausgeben. Und ansonsten, wenn das eben nicht der Fall ist, dann, also hier, wenn das nicht der Fall ist, dann soll er eben die Message ausgeben, ist nicht gerade. So, dann müssen wir alle Klammern schließen. und Emacs gibt uns hier so eine gewisse Hilfestellung. Das habt ihr gesehen. Jetzt habe ich alle Klammern zu. So, und jetzt kann ich dieses Stück hier evaluieren. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr Sachen in Emacs evaluieren könnt. Ihr wisst ja noch, mit STRG-Lehrtaste kann ich eine Markierung setzen. und wenn ich dann nach oben gehe und hier mit STRG-A an den Anfang, dann habe ich hier diesen Teil markiert. Und jetzt zeige ich euch noch eine Neuigkeit. Und zwar, darauf sind wir in der letzten Folge noch gar nicht eingegangen, aber eine ganz wichtige Tastenkombination ist Meta-X. Ihr erinnert euch, die Meta-Taste ist normalerweise auf die Alt-Taste oder die Escape-Taste gemappt. Das heißt, wenn ich jetzt Alt-X drücke, dann springt Emacs hier unten, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier wartet es auf eine Eingabe. Hier ist eine Eingabe aufgegangen. Und hier kann ich jetzt auch solchen Lisp-Code, solche Funktionen, denkt an Befehle, eingeben. und ein Lisp-Code nennt sich eval für evaluiere region, region. Das, was ich da ausgewählt habe, oben, ist eine Region. Das ist jetzt meine region und die soll Emacs jetzt evaluieren. Das gibt mir also ein visuell weiß ich jetzt ganz genau, was ich hier ausführen möchte. Und wenn ich das hier mache, dann habe ich jetzt eine Funktion und definiert. Und jetzt kann ich hier schreiben, ist even 9 und da unten erscheint, ist nicht gerade. Oder, ich kann das mal hier einfügen, ist nicht gerade. und genauso kann ich schreiben, ist even 10 ist gerade. Wunderbar. Also, ihr müsst euch das gar nicht merken, wie man jetzt in Elisp irgendwas programmiert oder so weiter. Es geht mir nur darum, euch klar zu machen, was hier gerade passiert. Ich bin also in diesem Editor und ich evaluiere Code und er führt das direkt aus. Das heißt, ich kann Emacs on the fly verändern. Ich kann neue Funktionen schreiben und mir Emacs direkt so anpassen, wie ich das möchte. Und das ist schon, da muss man erst mal so dahinter kommen, ja, weil ich habe jetzt keine besondere Programmierumgebung. Ich bin ja einfach in einen Buffer reingegangen und schreibe hier ein bisschen Code hin, aber für Emacs ist das einfach nicht nur ein bisschen Code, sondern es wird direkt ausgeführt. Und das kennt man eigentlich so von keinem anderen Editor. Das heißt, es ist hier eben eine ständig laufende Programmierumgebung. So, und alles, was jetzt kommt an Anpassungen ist eben Lisp Code. Ich kann also Funktionen, die schon in Emacs integriert sind oder die durch Erweiterungen kommen, die ich mir herunterlade, also Pakete, die ich mir installiere, das ist dann unser dritter Punkt, diese Funktionen, denen kann ich Argumente übergeben oder mit diesen in Emacs selber und mit den neuen Paketen kommen natürlich auch neue Variablen und denen kann ich andere Werte geben. Und so kann ich Emacs anpassen, indem ich eben Funktionen ausführe, indem ich Variablen Werte gebe und Emacs das dann evaluiert und ausführt diesen Code. So passe ich Emacs an. Die Frage ist jetzt, wo passiert das Ganze? Ich kann ja jetzt nicht dauernd Emacs starten und dann tippe ich irgendeinen Code ein und dann wird der ausgeführt und so weiter. Es muss doch irgendeinen Punkt geben, an dem ich Emacs diesen Code von Anfang an mit gebe und Emacs führt den auf und dann ist Emacs in dem Zustand, wie ich es haben möchte und dafür gibt es eine Datei die Emacs beim starten lädt und zwar entweder ist das in euren Home Folder also das in eurem Linux System macOS System ja und Home und dann Usernamen oder unter Windows das habe ich das letzte Mal gezeigt unter den Umgebungsvariablen kann ich eben diese Home Variable definieren und sagen okay das soll mein Benutzerordner sein zum Beispiel unter C Users und jetzt hier mein Benutzer Stefan oder sonst irgendwas ja und darin gibt es entweder kann ich hier eine Datei . Emacs anlegen und hier den ganzen Code reinlegen es hat sich aber für besser erwiesen Emacs legt noch einen weiteren Ordner an standardmäßig und dieser Ordner ist .emacs .d also das Emacs Directory in den zum Beispiel auch alle Pakete hineingeladen werden das ist so dieses Standard Verzeichnis wo Emacs alles mögliche ablegt zum Beispiel auch Bookmarks also ich kann mir Buffer für Buffer Bookmarks machen kommen wir noch dazu in einer Folge die werden abgelegt oder so Sachen wenn Emacs plötzlich beendet wird dass es Buffer wieder aufrufen kann und so weiter und so weiter das wird darin abgelegt und in diesem Ordner kann man eine Datei init .el el für Emacs Lisp also das ist die Dateiendung für Emacs Lisp kann ich diese Datei erstellen und wenn ich diese Datei erstelle dann lädt Emacs diese Datei und das wollen wir jetzt mal machen wir haben ja eine frische Emacs Installation und wollen die init.el nun erstellen dazu gehe ich auf STRM X STRM F dann gehe ich hier mal in mein Home Verzeichnis das kann ich auch tatsächlich so auch in Windows glaube ich geht das so genau und dann gebe ich hier diese init.el ein und hier kann ich jetzt anfangen Code zu schreiben und dieser Code wird dann evaluiert beim Starten von Emacs und ich habe euch ein bisschen Code mitgebracht natürlich könnt ihr hier noch viel viel mehr machen und ihr könnt auch mal auf die Suche im Netz gehen nach anderen Konfigurationen es gibt Emacs schon sehr sehr lange und deren init.el mehrere tausend Zeilen Code hat ich glaube meine aktuelle init.el ich kann hier mal rüberschauen die habe ich nämlich hier offen die seht ihr jetzt nicht die hat aktuell ja tausend sechs Zeilen also auch schon tausend Zeilen das wird aber recht schnell voll weil man kann hier alles mögliche an Code reinpacken ja auch für Oak Mode später irgendwelche Templates da kommen wir noch dazu das nimmt natürlich gleich ein paar Zeilen in Anspruch aber je mehr Pakete je mehr Anpassungen und so weiter und so weiter desto mehr Code kommt dahin ich bin ich bin generell ein Freund von schlanken Konfigurationen das Gute ist ja so eine Konfiguration die wächst und wenn ich ein Backup von dieser Konfiguration habe kann ich die überall mit hinnehmen also das ist auch ganz wichtig wenn ihr eure init.el anfängt dann schaut auch dass ihr immer ein Backup habt weil egal auf welches neue Betriebssystem ihr geht oder neuen Laptop oder was auch immer wenn ihr dort Emacs installiert und die init.el ausführt also dort wieder in den .emacs.d Ordner hineinlegt dann nimmt Emacs das und dann sieht überall euer Emacs aus wie ihr das eben braucht dazu braucht es leider auch noch ein paar Pakete damit das dann auch wirklich so funktioniert aber dazu kommen wir noch also hier habe ich jetzt diese init.el und jetzt kann ich mir zum Beispiel ich sage hier diese diese Buttons hier die sollen weg dann kann ich sagen okay da gibt es die Variable Toolbar Mode und die setze ich auf minus 1 Steuerung E und weg ist die Toolbar also wenn das gesetzt ist ist das Ganze weg jetzt ist es ja so wenn ich hier tausende von Zahlen Konfigurationen habe irgendwann weiß ich gar nicht mehr was welche Variable irgendwie macht und so weiter da habe ich irgendeine Konfiguration im Netz gefunden und das gefällt mir ganz gut und ich kopiere den Code in meine init.el und irgendwann weiß ich genau was das Ganze eigentlich soll wichtig ist immer sich Kommentare dazu zu machen Kommentare in Emacs Lisp also generell in Lisp werden mit einem Strichpunkt eingeleitet also was ich hier schreibe ist irgendwie kann ich hier nicht tippen was ich hier schreibe ist ein Kommentar und wird eben nicht ausgeführt sowas zum Beispiel könnte ich hier schreiben ich weiß jetzt nicht was diese Windows Variante hier für ein komisches Verhalten hat aber mit Strichpunkten kann ich mir Kommentare dazu schreiben das ist schon mal ganz wichtig es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit und die besteht darin sich solche Funktionen oder Variablen Symbole wie das auch in Lisp heißt die Hilfe dazu direkt anzuschauen also zum Beispiel für Toolbar Mode ich denke das ist eine Funktion das heißt ich kann hier STRG H für Hilfe und dann F für Funktion drücken ja und das funktioniert auch dann wird mir hier unten die Hilfe zu dieser Option angezeigt und das kann ich generell mit jeder Funktion oder mit jedem Symbol machen das heißt auch das ist wieder so eine Sache Emacs ist komplett selbstbeschreibend ich kann einfach alles nachlesen wenn ich jetzt hier unten da sehe ich dass diese Funktion wiederum in einer Datei drinsteckt die Emacs Lisp Code ausführen kann ich hier direkt reinspringen und ich sehe die Datei also ich sehe selber den Source Code von Emacs das kann ich sogar mit C Funktionen machen ich wechsle mal wenn ich zum Beispiel hier mit dem mit dem Cursor nach vorne zurück nach unten oder so weiter gehe dann ist es eigentlich auch der Aufruf dann ist es eigentlich auch der Aufruf von solchen Funktionen ja wenn ich jetzt mal das hier evaluiere seht ihr mein Cursor ich evaluiere das Ganze ich mache jetzt STRG X STRG E das heißt ich evaluiere diesen Ausdruck Forward Char und mein Cursor springt ein Charakter ein Zeichen nach rechts nach vorne und auch diese Funktion kann ich mir wieder mit STRG H F anschauen und dann sehe ich Forward choice an interactive built in function in C source code das heißt ich kann mir hier eigentlich das ganze anschauen nein ich weiß gerade nicht ach das ist bei Windows wieder anders schade in meinem Linux System oder so linkt Emacs direkt auf die cmds Punkt C wo die jetzt in Windows liegt ich glaube irgendwo dort wo ich es entpackt habe aber sei es drum ich kann sogar in diese Datei theoretisch einfach reinspringen mit den C source code anschauen was eigentlich forward char wirklich macht und das ist halt total genial bei Emacs aber gut lassen wir das ganze mal das nur mal dazu so bekomme Hilfe also das erste ist ich sollte immer Kommentare dazu schreiben dass ich noch weiß was will ich eigentlich mit dieser Konfiguration machen und das zweite ist mit STRG-HF oder STRG-HO glaube ich ist es für Symbole Describe Function und Describe Symbol wären die Funktionen kann ich mir auch die Hilfe falls es eine dafür gibt anschauen also wenn ein Programm gut dokumentiert ist dann finde ich das Ganze genau und so kann ich jetzt auch sagen menu bar mode minus 1 und die menu bar ist weg und dann kann ich gibt es noch eine Funktion die heißt hier set scroll bar mode die setze ich auf nil nil ist also null nichts niente nada ja und ist hier rechts auch meine scroll bar back und jetzt habe ich ein richtig schönes nacktes ich mache sie mal ein bisschen größer damit ihr das auch besser sieht nacktes emacs und so gibt es noch viele weitere anpassungen ich kopiere jetzt mal ein paar wichtige sachen rein hier ihr werdet den code den ich heute hier in die in el eingebe auch auf github euch anschauen können den link zu dem repository findet ihr auch unten in den show notes und nehmen wir noch ein paar anpassungen vor die mir helfen muss ich hier mal schnell was kopieren also was ich gerne noch mache set queue ist ich setze eine variable das ist so ein typischer befehl in emacs lisp eine variable setzen ich glaube die es noch nicht gibt nein die es schon gibt die setze ich auf einen anderen wert und def alias ihr könnt mich gerne korrigieren wenn das anders ist und def alias ist auch eine variable setzen allerdings die es noch nicht gibt die erstelle ich ganz neu und hier zum Beispiel eine variable Default Directory das heißt immer wenn ich mit steuerung x steuerung f mir ein file aufmachen will soll er immer in mein home directory springen außerdem ist es so dass emacs automatisch immer solche backup files anlegt also das aktuelle file das ich offen habe und so eine tilde hinten dran das brauche ich einfach nicht auch so eine so dieses autosave default da gibt es eben so autosave files brauche ich das stelle ich damit aus indem ich sage also hier setze die variable make backup file nil also 0 auf den auf einen Nullwert setzen damit hört eben emacs auf solche files anzulegen delete selection mode habe ich eigentlich immer noch an das heißt wenn ich äh text markiere und jetzt was zu schreiben beginne dann ist es irgendwie komisch ich bin es gewohnt wahrscheinlich aus word prozessoren wie word und so weiter dass wenn ich text markiere und dann zum schreiben anfange dass dieser text dann auch äh gelöscht wird ja also wenn ich jetzt äh nochmal hierher gehe und das evaluiere ja also ich habe jetzt deletion selection mode auf 1 gesetzt der ist also an das heißt äh normalerweise wenn ich das jetzt hier mal markiere ups ich habe es nicht markiert dann und jetzt irgendwas tippe dann wird das ganze gelöscht genau ähm das ist also ganz praktisch genauso wenn ich jetzt sowas sage wie hier steuerung xk kill buffer in etl müsste er mich jetzt fragen genau der buffer wurde ja modifiziert also ich habe ja änderungen hier vorgenommen hier unten seht ihr das soll ich denn trotzdem löschen und dann muss ich hier yes ausgetippt also y e s oder no schreiben und das will ich aber nicht ich breche das mal ab mit steuerung g steuerung gustav ähm das will ich nicht ich evaluiere mal diesen ausdruck hier und wenn ich jetzt versuche den buffer zu killen mit steuerung xk dann fragt er mich nur noch y oder n also das geht einfach ein bisschen schneller ich breche das mal wieder ab dann was ganz wichtiges meiner Meinung nach ist diese parent mode also parent für parenthesis das sind eben die runden klammern ihr habt ja vorher schon gesehen als ich diesen ähm hier diese funktion hier geschrieben habe da kommen ja schon ein paar klammern vor ja und irgendwo möchte ich wissen welche klammer gehört eigentlich zu welcher klammer und wenn ich jetzt mal diesen parent mode anmache ja dann seht ihr schon was passiert wenn ich bei einer klammer bin oder hinter einer klammer zeigt es mir auch die dazugehörige vordere klammer an springen wir mal nochmal hier rein also hier seht ihr immer was ähm gerade dazugehört gerade wenn ich ein paar mehr klammern habe ist es eben die frage habe ich auch alles geschlossen also dieser parent mode finde ich ist sehr sinnvoll und ich kann ja auch so einen style angeben ähm und zwar parenthesis jetzt schauen wir mal was dieses style macht ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr hat das jetzt irgendwas geändert ich habe das jetzt mal evaluiert ähm naja nicht so wirklich vielleicht brauche ich das auch gar nicht mehr können wir vielleicht ähm löschen das ganze und electric pair mode ist für mich auch ganz wichtig jetzt ist es ja noch so wenn ich hier eine klammer aufschreibe muss ich hier immer wieder mit ähm klammer zu machen ist aber eigentlich viel äh sinnvoller wenn die geschlossene klammer automatisch kommt wenn ich das ganze ähm äh schreibe und dazu evaluiere ich mal das hier und jetzt schreibe ich mal die klammer und zack seht ihr kommen weitere klammern wunderbar so will ich das ganze und dann ansonsten noch der visual line mode so das ist jetzt eine sache die habe ich auch noch gar nicht erklärt wie stellt emacs eigentlich solche buffer dar wenn zeilen ein bisschen länger sind ich will das hier mal simulieren ich schreibe mal hier eine ganz lange zeile und da seht ihr da hinten da ist das kann man fast leider nicht sehen weil es hier so klein dargestellt wird so ein kleines pfeilchen das zeigt an hier wird text umgebrochen ja hier wird text umgebrochen weil eigentlich ist das eine zeile eigentlich geht es hier weiter und das ist so dieser default modus von emacs so jetzt passt mal auf jetzt ist mein cursor hier und jetzt springe ich mit strg a in an den anfang der zeile und ich komme aber hier oben hin weil das hier am am ist nicht der anfang der zeile das zeigt mir diese kleine dieses kleine pfeilchen das ihr kaum sehen könnt leider er zeigt mir das an dass es eigentlich gar nicht der anfang der zeile ist aber eigentlich will ich doch wenn ich text schreibe ja also gerade im in einem schreibmodus und beim wissenschaftlichen arbeiten ich muss viel text schreiben dann will ich dass sich der cursor eben auch so verhält ich will dass mein text umgebrochen wird ja also ich will nicht da dass der text aus rechts aus dem bildschirm raus geht ja und ich da irgendwie darüber scrollen muss das ist blöd der text soll schon umgebrochen werden aber ich will eben auch dass wenn ich jetzt hier also mein cursor ist hier vorne und jetzt mache ich strg e dass ich an das ende der zeile springe dann will ich dass der cursor hier landet weil das ist gerade die zeile die ich sehe meine visual line das was ich visuell sehe wenn ich aber strg e mache springt er hier hin und das ist ein bisschen komisch und deswegen gibt es den so genannten visual line mode und den werde ich jetzt mal hier an machen mit strg e evaluiere ich das und ihr seht das ganze hat sich jetzt geändert ich mache hier mal noch ein bisschen mehr also es wird hier automatisch umgebrochen und wenn ich jetzt hier irgendwo drin bin mit meinem cursor und springe an den anfang der zeile und an das ende dann ist es so wie ich das erwarte ja in einem schreibprogramm also visual line mode den lasse ich automatisch immer an wenn im ex startet und dazu gibt es diese zwei befehle visual line mode t also true für ja der soll an sein und global visual line mode t für mich ich möchte das einfach in allen meinen buffer in all mein modi standardmäßig anhaben also evaluiere ich auch das übrigens muss ich hier oben noch die zeilen löschen damit dann wenn ich das ganze im ex dann wieder starte das ist dann weg ist so jetzt habe ich das an und visual line mode kann ich auch on und off machen also ich könnte das auch wenn ich eben meta x mache und gibt ein visual line mode dann seht ihr wenn ich das einmal tippe dann stand da ist disabled in current buffer also in allen anderen buffern ist es noch an aber in diesem buffer jetzt gerade ist es aus und wenn ich es dann noch mal antippe übrigens wer das aus seiner shell kennt ja wer im terminal ein bisschen arbeitet es gibt hier im ex merkt sich die letzten befehle die ihr eingegeben habt und was ich gemacht habe jetzt noch mal meta x gedrückt und die pfaltaste nach oben dadurch kann ich pfaltaste nach oben pfaltaste nach unten kann ich so die letzten befehle durchgehen und dann nochmal ausführen und jetzt ist er wieder enabled in meinem current buffer der visual line mode also das wären so wichtige erste anpassungen die ich so drin habe meine in it el ich denke in den nächsten folgen werden noch viel viel mehr anpassungen dazu kommen als letztes wollen wir uns dann das ganze anschauen wie im ex mit paketen erweitert werden kann im ex hat eine eigene paket verwaltung die sich nennt package el eine eigene erweiterung und damit ich aber pakete installieren kann muss ich erstmal ein paket archiv hinzufügen und diese pakete aus diesem paket archiv laden damit ich weiß was was kann ich denn überhaupt installieren und deswegen gehe ich mal hier in das was ihr nicht sieht in mein anderes im ex hier ein und kopieren wir jetzt ein bisschen code und gehen wir dann gleich mal durch wechseln wir noch mal in die in it el und fügen hier mal diesen code ein so da könnten wir mal den kommentar geben paket management management so was macht jetzt dieser code als allererstes haben wir require package require package heißt lade package punkt el also lade das ganze dann fügen wir ein paar archive hinzu es gibt zwei offizielle archive einmal gnu und einmal non gnu ich will jetzt hier gar nicht so sehr auf die gnu philosophie eingehen einfach merken erst mal das sind die zwei offiziellen archive mit den offiziell eingereichten paketen auch von drittherstellern ja so dann gibt es ein paket archiv für org hier bekomme ich immer das aktuellste org mode und dann gibt es das archiv melpa melpa ist ein community archiv das auch gewissen standards genügt aber wo eigentlich die meisten drittanbieter pakete erscheinen also das will ich auf jeden fall und diese code zahlen heißt bedeuten einfach nur es gibt da diese liste packet archives und füge zu dieser liste eben dass dahin zu einem name und dann eben die adresse die url so und dann hätte ich schon mal die paket archive da und dann aber solange diese paket archive noch nicht geladen sind lade sie also schau einfach lade einfach mal die liste was gibt es denn aktuell überhaupt für pakete mit welchen versionen und so weiter und so weiter ja also solange das noch nicht geladen ist lade das einmal und dann refresh content also schau dir einmal die liste an und dann lade diese liste und zwar lade einfach mal alles dass ich auch wirklich alles sehen kann und dann zu guter letzt initialisierte das ganze und das wollen wir jetzt mal ausführen wie gesagt den code findet ihr ja jetzt kann ich hier wieder sagen meta x eval region so jetzt seht ihr hier im porting contacting host und so weiter und so weiter also emacs lädt jetzt das erste mal diese listen herunter und initialisiert das ganze package refresh dann das heißt ich habe jetzt eine liste an paketen die es gibt und gut das heißt ich kann jetzt befehle ausführen meta x wenn ich jetzt sagt package das ist damit fangen so die ganzen befehle eben für das paket management an und erstmal will ich mir meine pakete auflisten lassen package list packages package ist für package l und dann der befehl list packages und das führe ich jetzt mal aus und da seht ihr da kommen ganz 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 viele pakete auch das versuche ich mal hier ein bisschen größer zu machen das ganze und ja wenn ich mich hier durch scroll da da sind ganz schön viele pakete drin also ich bin jetzt gerade mal bei 15 prozent da ist einiges natürlich kann ich mit steuerung s auch nach paketen suchen zum beispiel suchen wir mal ein paket für peißen für die peißen entwicklung und ja da bekomme ich einige pakete die irgendwas mit peißen zu tun haben ja also da kann ich mich irgendwie durch klicken durch das ganze gehen wir mal mit steuerung er zurück schauen wir uns mal irgendein was ist bekannt da ist es genau lp so ich kann mir jetzt so ein paket auch anschauen was macht denn das ganze paket in dem ich hier vorne hingehe und einfach mal return drücke und dann geht ihr ein zweites window auf und hier unten wenn ich hier unten mal hin springe das versuche ich mal größer zu machen dann seht ihr also was der status dieses paketes ist in welchem archiv das drin liegt welche version und ich sehe auch eine eine homepage auf die ich gehen kann ich habe ein bisschen keywords ich habe schon so eine kurzbeschreibung zum beispiel auch dabei und kann mir natürlich noch weiteres auf der homepage anschauen und könnte jetzt wenn ich mit meinem cursor jetzt hier hin gehe und jetzt return drücke würde ich das ganze installieren ja dann installiere ich das ganze eine möglichkeit pakete zu installieren hier bei package in der paket liste nach paketen zu suchen und dann auf install klicken und dann auf install klicken und das ganze installieren eine möglichkeit meistens aber brauche ich dann ähm in meiner innit el noch sowas wie require und dann ähm paket name sowas brauche ich dann meistens noch drin aber es steht auch in den beschreibungen unten was ich eventuell noch in meine innit el dann schreiben muss damit das paket initialisiert wird vielleicht gibt es pakete die noch irgendein verzeichnis mit gegeben brauchen genau und das kann ich eben auf der homepage oder in diesen kurzbeschreibungen lesen eine weitere möglichkeit ist eben den befehl direkt auszuführen ich könnte also sowas sagen wie meta x und dann package und dann install und wenn ich jetzt return drücke fragt er mich nach einem paket namen und da könnte ich dann äh zum beispiel hier dieses lpygen herunterladen ja installieren ja ich kann das ja mal machen das können wir auch wieder deinstallieren und dann führe ein bisschen was aus und dann und das war's ja schon ist das paket installiert und wie ich dann mit dem paket weiter umgehe das muss man dann eben auf der homepage nachlesen jetzt ist es ja so ähm wohin genau das möchte ich noch zeigen wohin werden eigentlich diese pakete installiert gehen wir mal in dialed äh und hier mal in diesen .emex.d Ordner und da drin gibt es den ordner elpa äh ich mach das mal wieder ein bisschen größer ähm so hier gibt es den ordner elpa und in diesem ordner ähm ups in diesem ordner gibt es liegen die ganzen pakete ja so und die werden dann beim äh starten von emex auch geladen gehen wir mal nochmal in die liste zurück ja was haben wir denn packages so heißt sie hier in dieser ähm äh liste kann ich auch sowas äh machen wie u äh groß u heißt markiere alle pakete die eine neue version haben äh dass sie abgegradet werden ja das steht jetzt unten packages markt for upgrading 20 also 20 pakete sind jetzt gefunden worden die eine neue version haben und mit x kann ich dann diese pakete updaten das heißt die neuen herungen herunterladen und ähm installieren fragt mich jetzt soll ich diese 20 pakete wirklich upgraden und mit yes würde das ganze jetzt ähm auch upgraden ich mach jetzt aber mal no ansonsten kann ich das auch mit meta x package ja es geht nur upload file anscheinend gibt es hier finde ich hier keinen befehl dafür das direkt auszuführen aber was natürlich auch ein wichtiger befehl ist wenn ich ein paket los haben möchte kann ich entweder den ordner löschen in diesem elpa ordner in punkt im ex punkt oder ich mache package delete und wählen das paket aus zum beispiel dieses elpa jen ja da zeigt er mir schon mit der aktuellen version und dann ist das ganze gelöscht und es ist nicht mehr in diesem elpa ordner drin außerdem sehe ich in diesem in dieser listen ansicht auch der der status ist auch interessant ja wenn ich hier zum beispiel mal nach mal nach ganz unten springe dann sehe ich viele pakete haben den status bild in die sind also schon bei im ex dabei dann gibt es jetzt kommen ein bisschen hoch dependencies das heißt wenn ich ein paket installiere dann gibt es vielleicht andere pakete die wichtig sind damit das paket funktioniert ja und eben die ganzen installierten pakete so dann wollen wir uns mal noch etwas anderes anschauen ich habe schon gesagt diese in das punkt el die möchte ich eigentlich überall mit hinnehmen ja und wenn ich zum beispiel mein betriebssystem wechsle oder wenn ich neuen laptop habe dann nehme ich diese innert el mit und habe im ex sofort so wie es gerne möchte aber bei den paketen was ist da da müsste ich mir eigentlich diesen großen elpa ordner also der lehrte die ganzen pakete runter den müsste ich auch immer mitnehmen das will ich aber nicht das ist mir ein bisschen zu groß ich möchte eigentlich dass ich nur diese kleine konfigurations datei überall mit hin nehme und wenn im ex startet dass auch die ganzen pakete die ich benutze installiert werden automatisch dass die immer up to date gehalten werden und so weiter und so weiter und dafür wiederum gibt es ein ein paket eines dritt herstellers und dieses paket heißt use package use package ich glaube das habe ich hier schon installiert aber ich könnte das eben hier mit metax package install und dann use ist gut es wird mir nicht angezeigt weil ich leider hier schon installiert habe aber use package das möchte ich einfach haben das heißt ich installiere mir use package und dann kann ich hier in meinem so jetzt muss ich hier mal auf meine andere mein anderes im ex gehen dann kann ich hier in mein inner dl so was sagen wie use package und dann hatte ich ja dieses elpa und das war schon wenn ich dieses programm nicht installiert habe und ich rufe oder im ex evaluiert diese in it punkt el beim start dann kann ich wird dieses paket installiert werden ich muss aber noch eine kleine variable einen kleinen schalter hinzufügen der da heißt doppelpunkt in schule und t für es war so das ist der ausdruck dafür dass auf jeden fall wenn elpa nicht installiert wurde das ganze dann installiert wird das heißt ich kann das jetzt auch mal ausführen und zack elpa gen wurde installiert das heißt dieses paket use package ist eigentlich dafür da ja dass ich nicht dauernd meinen diesen elpa ordner mit herumschleppen muss und das automatisch meine sachen installiert werden und ich kann damit auch noch wenn ich jetzt hier bei diesem elpa gen irgendwas konfigurieren möchte ja dann kann ich use package auch noch zu mehr anweisen kann zum beispiel sowas sagen wie konfig und dann kann ich hier sowas sagen wie set q variable x y z soll das sein keine ahnung irgendwelche sachen die ich eben in dem paket konfigurieren will oder ich kann sowas sagen wie in it was machst du bei den initialisierung und ich kann sogar sowas sagen wie hook und dann kann ich zum beispiel sagen okay dieses paket soll nur ausgeführt werden hinter einem paket x y z und so weiter ich werde jetzt nicht darauf eingehen ich glaube wir sollten vielleicht mal eine extra sendung über use package machen beziehungsweise use package wird sowieso vorkommen wir werden noch andere pakete anschauen aber use package wird noch definitiv vorkommen für was diese pakete auch ganz gut sind und das ist jetzt mein letzter punkt für heute zum beispiel um irgendwelche themen zu installieren also jetzt ist jetzt so dieses standard im ex thema ich kann aber auch zum beispiel hier sowas sagen ich habe zum beispiel das paket modus themes installiert ja schau mal das müsste schon installiert sein ja genau es ist nil weil es schon installiert ist wenn ich mal hier nochmal auf meine packages gehe und dann mal nach siem google da gibt es ganz ganz viele siems ja die ich mir anschauen kann also im exims es ist natürlich auch so eine sache da kann ich ganz viele machen und um so einen siem anzuwenden also zum beispiel gehen wir noch mal hier in die indel ähm rein löschen wir mal den kladratat hier zum beispiel kann ich jetzt sagen load theme und dann kann ich ähm sagen hier muss ich so ein hochkommoter immer rein machen weil das hier keine funktion ist die ich ausführe danach nach diesem hochkommoter bei diesem modus themes da sind zwei tolle themes dabei einer ist modus äh wie wendy und ich glaube der andere heißt modus äh operandi modus operandi ist ein ähm theme weißer hintergrund und schwarze schrift und modus vivendi ist glaube ich das gegenteil also schwarzer hintergrund weiße schrift und eben farblich das ein bisschen angepasst so loading a theme can run list code reload also so eine warnung kommt da eben nochmal und ich sag ja äh treat the theme as safe in future sessions das heißt ich möchte auch sagen ja du kannst diesen theme wirklich verwenden ich vertraue dem erstelle und so weiter dass da kein schädlicher code drin ist und sag ich ja und ähm ihr seht plötzlich ist hier eine leicht ähm andere farbgebung für den lisp code da oben ja das wurde angepasst wir haben jetzt einen schwarzen hintergrund ähm der fond ähm ist schöner also ja ich habe jetzt hier diesen theme angepasst und so kann ich mehrere themes installieren und hier eben mit dem load theme und dann dem name des themes kann ich das ganze laden und so werden wir jetzt auch in den nächsten folgen emacs erweitern für unser wissenschaftliches arbeiten ich glaube ihr wisst jetzt ganz gut wie das ganze funktioniert indem ich eben immer mehr oder weniger lisp code habe den ich irgendwie den ich in so eine konfigurations datei hinein schreibe die beim starten von emacs ausgeführt wird und ihr habt gesehen wo man noch mehr pakete findet wie diese archive heißen da könnt ihr euch mal ein bisschen durch scrollen und ihr habt aber auch gesehen wo ihr hingehen könnt wenn ihr hilfe braucht dann würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten folge ähm drückt das glöckchen bei youtube damit ihr informiert werdet wenn diese kommt vielleicht schaffe ich es noch diese woche definitiv aber nächste woche und wir werden mit augmode beginnen werden uns augmode anschauen und damit ähm emacs mal so richtig benutzen ja das war jetzt eigentlich noch gar nichts was wir gemacht haben ähm jetzt wollen wir emacs in unseren arbeitsalltag richtig integrieren ich freue mich auf euch bleibt dran bis bald euer stefan ciao ciao so